Hi, ich bin Katja. Ich bin die Pressesprecherin des Exzellenzclusters CityQMAT der Universitäten Würzburg und Dresden. Hier werden topologische Quantenmaterialien erforscht, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus 33 Ländern und von vier Kontinenten. Fast genauso international wie unsere Forschungscommunity sind die knapp 23.000 Downloads unserer Spiele-App KatzeQ, die schon nach der Release-Woche in Europa, Nord- und Lateinamerika, Asien und Afrika gespielt wird. Das finden wir ziemlich cool und hoffen natürlich, dass die globale Reichweite unseres Handyspiels weiterwächst. Mit dieser Aussicht im Gepäck haben wir ein Folgeprojekt angedockt, das die Spielerinnen und Spieler in den Fokus rückt. Wenn du dir unmittelbar nach diesem 3 Minuten Spoiler die deutsche App KatzeQ oder das englische Game KittyQ im App- oder Playstore herunterlädst und das Verschränkungsrätsel löst, erspielst du dir einen Bonus, so wie ich das gerade getan habe. Hey, du hast es geschafft. Du hast das Rätsel der verschränkten Quanten gelöst und dir einen Bonus erspielt. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin Heike und ich bin Wissenschaftlerin. Gemeinsam mit meinem Forschungsteam helfen wir dir, wenn du Fragen zum Thema Physik hast. Wer wir sind? Wir sind junge Forscherinnen und Forscher aus dem Exzellenzcluster CTQ-Mod. Das gehört zu den Besten der Quantenforschung weltweit. Was du in dem Spiel kennengelernt hast, machen wir jeden Tag. Genau wie du sind wir neugierig darauf, wie die Welt funktioniert. Ich zum Beispiel löse gern Rätsel und habe deswegen Physik studiert. Das war meine beste Entscheidung, denn ich habe gelernt, wie ich an Probleme herangehen kann. Ich weiß jetzt, dass es viel bringt, ein großes Problem in kleine Teile zu zerlegen und dann schrittweise zu lösen. Und ich habe gelernt durchzuhalten, auch wenn etwas nicht gleich funktioniert. Das hilft nicht nur in der Physik. Aber jetzt bist du dran. Was möchtest du wissen? Du kannst uns schreiben und uns alles fragen, was irgendwie mit Physik zu tun hat. Wir beantworten dann alle Fragen in unserem Videokanal auf YouTube. Alle Fragen, die hier gestellt werden, laufen bei uns ein, werden von einem Physikdidaktiker bearbeitet, populär aufbereitet und ab Januar einmal im Monat mit einem professionellen YouTube-Video beantwortet.